So, ja, herzlich willkommen zum 57. Daily Vlog. Heute mal wieder Minencraft. Vielleicht kommt der Lachi auch einmal online. Ja, bis dahin werde ich halt alleine spielen. Ja, äh, erstmal schlafen gehen, würde ich sagen. Bevor mich wieder irgendetwas attackiert. Ich glaube, ich werde mal ein paar Chicken farmen. Weil es liegt, die Tint. Ja, ähm, let's go mining. Creeper. Oh, shit. Ich hab gedacht, das ist schon ein Ende. Nee, überlebt. Easy. Wieso ist hier ein Loch? Let's go. Oh. Oh. Hallo, Starz. Oh, Zombie. Herzinfarkt. Oh. Oh. Das sieht nach dir aus. Hallo. Lachi. Lachi. Ehi. Endlich. Wo warst du? Warte, die Moskow-Fahrer eine. Ah. Lachi. Weil. Dias. Dias. Und das Skelett. Drei Dias. Das ist immer knapp. Ja, ihr warst. Nein, jetzt an den Farms, du kannst nicht mehr, wenn du es halt findest. Jetzt, schau mal, das war die Spitzhocke auf Glück. Drei Krieg. Slime. Hallo. Da war man. Ah. Ah, Ding. Ah, hallo, Spider. Lava, 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 lava. Dias. Ja, wo bist denn du? Na. Ich bin zu rum. Da war Kies. Trigger. Holy shit, wie viel Dias, wie viel Dias, wie viel Dias, wie viel Dias, wie viel Dias. Ich brauche Fakkel, ich brauche Fakkel. Hä, wo ist die Fakkel hin? Hab die doch Gott abgegeben. Ja, ich mache einfach Fakkel. Okay, okay, okay. Digga, die muss aber einmal mit da. Na. Was? Dann, auch die zwei. F&H. Vier Dias. Jetzt komm. Binst du für mein Leben. Ah, Babyzombie. Sehr. Geh doch weg. Oh, okay, jetzt wird es kritisch, kritisch, kritisch. Na, na, na. Dankeschön. Creeper. Junge, was ist da los? Holy shit. Was geht da draußen ab, Alter? NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN früh bitte Lodschi bist du wieder da? bist du mal gut zu dir? hast du dich noch gesehen? Die aus! Let's go! Schon mal gut gott noch gesagt was er hat der hatte er ist mehr die PK man sieht sich dann morgen wieder, hoffentlich wieder, ja morgen wird wahrscheinlich wieder ein Minderkraftvideo kommen hoffentlich wieder mit Facecam, die hat heute wieder eine kleine Auswahl gehabt man sieht sich morgen wieder, abonnieren und like nicht vergessen und die Glocke aktivieren und ciao